und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge American Truck Simulator auch der Felsen habe ich letztens in der Doku drüber gesehen ich habe eine Doku gesehen über die Region in der der Berg steht und da kam der auch der Berg vor das war so eine Doku Reihe so einmal so über den nationalen Bundesstaat in den USA quasi ein Video gemacht wurde die ganze Zeit Jungen eine Meldung an ich will wissen wo ich raus kann Junge so der Ring macht natürlich komplett nicht richtig die gesamte Speed Rechnung warte Ich hab doch mal weiter. Oh, Mann! 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 Oh, Mann!